Jetzt spielen wir Vanilla und bei Vanilla. Jetzt kann ich auch mal rückwärts laufen, ohne eine unsichtbare Mauer im Rücken zu haben. Jetzt spielen wir Vanilla. Das ist noch nicht mal unser Server, aber ist egal. Aber wir sind trotzdem auf der Rangliste ganz oben. Wir sagen. Das ist das Richtige für... Wenn wir Pro-Mod spielen, werden wir es nicht schlagen können. Da sind sie schneller, besser, können besser blocken. Aber was ist, wenn wir Vanilla spielen? Da ist eigentlich auf die Idee gekommen, diese Homo-Karte hier zu nehmen. Ja, das sind die Gegner. Und ich wollte ihnen den Dings gönnen. Da gibt es jetzt null großartige Einstellungen. Hier ist auch Mira auf Platz 8. So. Kurz mal Kapitel neu starten. Ich bin stolz auf euch. Nur noch die letzte Hürde. Ja, bitte. Was heult er jetzt schon wieder rum? Ja, wir spielen Vanilla. Ja, was sagt Ihnen, wir können noch Realism spielen? Ah, wirklich Realism könnten wir auch spielen. Machen wir jetzt aber nicht. Ja, dann ist es nicht mehr Vanilla. Dann ist es immer noch Vanilla. Ja, wir haben ja keine, wir spielen ja kein Pro-Mod. Oder die wissen jetzt bloß nicht, wann ihre Witch kommt und wann ihre Dings kommt. Das ist ihr Problem. Ja, ich. Sie wissen nicht mehr, wann der Tank kommt. Ja, genau das ist ihr Problem. Unser größter Vorteil ist der Überraschungsmoment. Wenn wir den schon mal weg haben, den Tank als Überraschungsmoment, dann wird es für uns schon schwieriger. Dann müssen wir schon zusehen, dass wir bei einer anderen Chart das Ding gewinnen. Und dann zeigen wir den mal, wie man beim Vanilla ist. Ja, das ist ein Löffel. Ja, das geht man weg und lässt sich einen Löffel, das Regeln. Sein Problem. Ja, alles klar. Na? Ja, beim nächsten Mal, hab einfach hier mal einen Löffel dabei. Also ich verstehe es jetzt so. Dieses Spiel hier kotzt mich an. Damit es mich nicht ankotzt, werfe ich jetzt hier einen Löffel ins Spiel, dann soll er Löffel für mich spielen. Genau. Ja, dein Problem. Wenn du jetzt liebst, dann liege ich auch irgendwann mit dir Löffelchen und dann gab's mit mir Kuscheln. So, vorwärts. Ja, danke, lass mal. Wo wir wieder bei Hiro's Penis wären. Was hat ein Penis mit Löffelchen liegen zu tun? Ist es schlimm, dass wir immer auf Hiro's Penis zurückkommen. Wegen Vanilla am Cutten? Jawohl, viel Spaß. Was gibt's denn da zu cutten? Ja, er will jetzt hier, er will uns ein wenig demütigen. Er denkt jetzt, das wird das Spiel für ihn einfacher. Er denkt, das wird das Spiel jetzt einfacher. Jetzt fass mal auf, das Spiel wird jetzt für jeden in die Hölle. Dass sie heute mal so eine große Fresse haben. Hätte bei mir auf Arbeit einer so eine große Fresse, würde ich das Rohr zum Fenster aufmachen, nehmen und sie mal rein. Wir haben nämlich so ein schönes dickes Metallrohr, was wir immer nehmen, um das Fenster aufzumachen. Und der Jockey, natürlich. Raus, 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 ja, weil. Jetzt kommt die mit ihm, ja. Natürlich kotzt du mich noch. Ja, ist auch kein Problem, ist alles gut. Ist doch egal, lauf. Natürlich kommt wieder der Jockey. Ja, war gut. Ja, Hanter hat mich. Ja, den hab ich. Hanter und Charger haben nichts mehr. Und wieder kommt der Jockey. Ja, der Jockey hatte ich. Jetzt hat er dich nicht mehr. Ich hab auf, Mira heilt sich. Boah, Alter, ey. Komm schon, haut zu. Heil dich. Ist doch gut, heil dich. Ganz ruhig bleiben. Hier sind Millionen Zombies kommen. Ja, ist doch gut. Mein Göttchen, ey. Ich hab das in einem Zombiespiel, Zombies kommen, ja. Ja, weiter geht's. Mein Göttchen. Achtung! Jetzt am Ahnten, jawoll. Mach' mal. Ach, der wieder ein Slice, ey. Charger. Ja. Ja, du fett Stück Scheiße. Guck mal, ich war. Jawoll, brav uns den gesündeten Sprung. Ey, Geister. Lauf, lauf, dir geht's gut. Hau doch mal ab, hier. Scheiß-zombie-ge-socks. Hinter dir. Komm, Hobi. Achtung, hinten Charger. Und da würde ich, jawoll, schön gehen. Jawoll. Mich machen die jetzt down, ne? Ihr müsst irgendwas holen hier, sonst hab ich ein Problem. Halb oder so. Schießen. 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 Trotzdem. Ich hab nichts. Ja klar, komm, geh weg. So. Hunter. Halt raus. Das gibt's nicht. Und wir haben hier nicht stürbt, ey. Schnapp mal hin, los. Hau doch mal ab hier. Fick-zombie. Ist egal. Geh rein, Meiser. Und zack. Und wieder der Jockey. Natürlich. Stell dich vor die Tür. Bleib vor der Tür stehen. Halt die Tür schön im Blick. Warum? Nicht zu nah rangehen. Nicht zu nah. Ein Stück Abstand halten. Der rein spawnt, ja, dann geh ich raus. Sos würde ich im Zutat. Wusste ich doch. War noch zu erwarten. Hat er sich jetzt da reingespawnt? Ja. Natürlich hat er sich da reingespawnt. Wusste ich da. Dann gehen wir jetzt raus. Aber sowas habe ich keine Lust. Ganz ehrlich nicht. Wer sowas macht, der ist für mich gestorben. Was für ein Glitz. Ich weiß nicht, was du meinst. Mach ich auch. Wir sind durch die Halle hierher gelangt. Kann man nur so dumm im Kopf sein, oder Witz? Wie im Kindergarten. Sich über mein Third Person beschweren, aber sich selber hier in den Saferoom reinglitschen. Ja, ja, war ja klar, war ja zu erwarten, dass das kommt. Komm, jetzt machen wir sie fertig. Jawoll. Das ist nicht egal. Ja, es wird jetzt alles ausprobiert. Was heißt hier, wenn es geht? Wenn es geht, brauche ich ihm in die Fresse. So geht es aus. Sprünge mal mit dem Jockey gleich runter, wenn er erst um die Ecke kommt. Ich habe heute schon gesagt, auf Arbeit. Kennt ihr das Spiel SOS Affenalarm? Jetzt! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Jetzt ist es zu spät. Jetzt wieder! Geh rein! Ach, Mann! Jetzt bleibt er da stehen. Soll ich? Lade nach! Noch nicht? Noch nicht. Jetzt stehen sie alle gar günstig. Ziehen sich ja sofort zurück. Die muss bis vorne zur Ecke kommen, sonst kommen wir mit dem Charge nicht rum. Lade! Sie stehen da hinten und campen. Wir haben Zeit. Schreibt den nochmal nach Ready, sonst kommen sie nicht raus. Wir haben doch schon Ready geschrieben fünfmal. Ja, dann schreibt nochmal Ready, die fragen ja hundertmal nach. Können wir einen Schritt weitermachen? Ja, Ready. Den laufenden Schritt nach vorne. Können wir einen Schritt weitermachen? Ready? Ja, Ready. Jetzt! Alle gleichzeitig rumgekommen, haben sie Glück gehabt. Hättet ihr darauf gedacht, dass die jetzt mit Smoker spielen, woher die jetzt wussten, dass wir jetzt keinen Smoker hatten, finde ich sehr lustig, aber egal. Gut. Na dann lassen wir mal durchkommen. Lassen wir mal spielen. Durchkommen die eh. Gönnt ihnen ihr Spielchen. Ich gönn hier nicht immer nur was. Zeit und Ruhe. Natürlich gönnen wir denen was. Lass er durchlaufen und dann ist gut. Natürlich land ich auf denen gut. Das ist ja leider nicht. Cool bleiben. Schönes Ding, war gut. War gut gedacht. Schönes Ding, war gut. Natürlich ist der Spawn blockiert. Natürlich geht das daneben. Ach, leck mich doch weh. So Leute, im nächsten Level müssen wir durchkommen. Ja, gg meinsame auf. Da kommt jetzt irgendwas blödes gleich wieder zurück. Ach, wieso? Ich mein das doch. Ja, das meinst du so. Ach. Guck mal, wenn zu Mira geht, einer sagt, guten Tag und der ist Russe, was meinst du, was Mira machen wird? Wenn du ihm ne Schrollflinte ganz klar in der Blume vorne drin im Lauf geben würdest. Was meinst du, was der macht? Der bietet ihm einen Wodka an? Ja, na sicher wird Mira das tun. Ganz klar wird er das machen. Ja doch. Ich biete ihm einen Wodka an und wenn er... Dann haue ich ihm ne Schrot ins Gesicht. Ja. Und sag ich nach, schmeckt es immer noch Arschloch? Kriegst du da einen Spawn noch ordentlich? Ach, da gab's doch mal diesen, diesen Hirte geheißen, der Eis. Hier Mira, hier bei mir. Hier bei mir. Hier bei mir bleibst du. Ach, wo bist du denn? Da wo abgefahren ist. Wie hieß es? Da bei mir. Wunderbar. Na, lass ihn mal rauskommen. Wir gehen erstmal volle Suppe drauf. Hm. Schade. Jawoll. Sehr schön. Einen wollten wir haben. Sauber. Nee. Da hat der Obel sich schon mal einen Römer gepackt und ihm ein paar Backweifen verpasst. Ja. Wir müssen auch was verhaben werden. Die haben die in den letzten Wochen ein bisschen öfter gespielt, wie wir. Die spielen den ganzen Leben lang nix anderes. Ja, das kann sein. Komm, lass mich doch spawnen. Gut. Bleiben. Vorne sammeln. Mann. Ach, hier kommt man ganz schlecht ran. Hier ist schön offenes Gelände. Ich bin das recht beschissen hier anzugreifen, ja. Weil dann rushen die direkt durch. Oh, für sowas wert. Ja, ist offenes Gelände. Ganze eh nix machen. Die Level, das Level, wenn die durchkommen und wir auch. Es kommt drauf an, wo der Tang kommt. Wenn der Tang jetzt natürlich günstig für uns kommt, wäre das natürlich super. Ansonsten probiert mal. Offenes Gelände ist nur gut, wenn der Boomer sitzt. Ansonsten nicht. Mira, komm ran. Nimm mal ran rein. Ja, ja. Jetzt liegen genug First Aid diesmal da. Wir dürfen bloß keinen verlieren. Und zack zurück ran. Nimm den ersten, Mira. Ja. Den musst du festhalten, dass ich chargen kann. Es kommt ja keiner. Na? Na? Kommt keiner. Klar. Schade, war gut. War gut. War gut gedacht. Wenn ihr den erwischt, hab ich den anderen. Und sieht die ganze Sache ganz böse aus. Schön gemacht, Maisemira. Ja. Läuft er. Ja. Läuft er. Jemand hat mich vertraten. So, wir haben jetzt. Ja, das bitter wäre ganz gut, wenn ihr den noch überlebt. Lade. Ja, ich probier's. Ja. Jetzt. Jawoll. Jawoll. Sehr schön. Jawoll. Sauber. Oh, das zackt. Ja, der war böse. Der hat mit mir als Hunter nicht gerechnet. Ah, wir müssen wieder originell spielen. War gut, war gut. Einwandfrei. Wir kriegen uns eingespielt. Originell. Ja. Krüppel Erni. Na? Kommt die überragende Truppe doch nicht so gut voran. So, die werden hinten garantiert einen abstellen. Wir brauchen einen Smoker auf jeden Fall. Der wird hinten einer den Spawn decken. Da werd ich drauf, oder? Und, oh, sie werden. Der ist einfach da. Der ist einfach da, oder? Ich ohm, das ist ja ja, da. Ja. Wo ist das? Aber eigentlich ist das ja unangenehm, oder? Ja. Dann haben wir es jetzt. Es ist dir gar nicht möglich. Du bist so gut, der rein. Ja, da! Da hab ich ja nicht gefragt. er geht nicht trauen warte wie die sich schein ich nicht bei der wird sammeln stelle ich schon mal bei der zweite obwohl kann man mal angreifen weil sie nicht aber das scheinlich ja aber dann laufen wir wahrscheinlich ja gut dann wird sammeln schadet von den beiden haben nicht doch nicht baut sehr jockey hier zu mir ja 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 ich sehen dass du in rest übernimmst weise gleich boom wenn du kannst wir einfach die einfach hinten um kurz der einfach die gg wir brauchen uns zum angreifen kommt warum wenn ich heute habe ich sehr schön so stehen auch eins nicht getroffen natürlich nicht aber mich weggeholt natürlich bei einem gebogen sein da kann man wie sie kämen angst so jetzt geht es wahrscheinlich von außen und das wird schwierig werden so hat er schon mal ein bisschen terror ja das wird wahrscheinlich nichts aber ist doch egal jawohl sack und hand darauf und alles dann aber hinterher noch mal ein paar punkte holen jawohl punkte schnorren so alles noch mal hinterher alles noch mal sammeln was wir kriegen die ist nicht der beste hier versuche einfach mal hau einfach rein ist egal ob du triffst oder nicht natürlich natürlich wie kann man nur mit der stück schieds anhand und immer noch verlieren wieso die beide zugehauen aber weg mein gott aber überragend sie sind nicht durchgekommen zum ersten level war das jetzt hier schon sehenswert da muss ich die ausnahmsweise recht beteiligt sich hat sich dein eigenes kompliment weggenommen so weiter geht es mein gott 100 punkte hinten ist auch schon mal schlechter aus da kommt dann lassen wir jetzt mal die zirn jetzt kommen wir können auch die wenn sich spielen kriegen wir es raus zu rücken müssen alle raus wir kommen gar nicht nur um alles geblockt was ging mit der den jawohl den habe ich ja ja ich denke du bist mein schild so wie gehen wir gehen ja wir können auch rechts lang gehen aber wir gehen links lang einfach nur weil ich sie nicht leiden kann wir gehen immer links ja oft gehen wir links ja weil da meistens noch gute sachen stehen wie die gut gebrauchen können ja macht nicht und ich habe dabei ich habe das ist auch gut alles in ordnung alles schön zeit vorne der angriff endlich ein bisschen krach macht und die greifen von hinten an und die sammeln doch im tonne sagt er cool ist der schlechteste von denen ein hinter der kassiert ja und ich mache den rest so einer punkt zu gewinnen ist nicht so wichtig wäre aber bis jetzt noch ganz gut drin achten geht noch aufpassen hinten noch was wir nicht wieder heilen so wenn wir in zwei eis häuschen so achtung jetzt kommt alles von vorne was war mit namen hat hinterher wunderbar weiße kann auch eine pipe werfen nach eigenem belieben ja wohl ist draußen so den schlitz solche baldmals noch nicht noch nicht abwarten die behalten wir noch als joker falls wir doch noch mal einer hinfällt ich warte jetzt hier erstmal auf euch jawoll alle auf mich sehr schön alle auf mich hier jawoll alle sind bei mir drauf das habe ich mir gedacht da wollten sie den rusher hero abfangen und das war dann wohl nichts alles klar aus ruhig zeit sammeln jetzt kannst du gleich die beile werfen gleich wenn der boomer weg ist wir haben ja schon zwei boomer erschossen müssen langsam ans bitter kommen beim nächsten angriff werfen wir die dann laufen wir durch ja bei der ursprache deswegen dann gehen wir ja dran vorbei ja adrenalin rein und los wie lange der spit steht so jetzt bei raus alles raus der smoker steht noch ja ja lass ihn aber die urs ist ganz links hinten außen da können wir ganz dran vorbei die sich so meise läuft ja jetzt kommt gleich ja aber die rutsch und die war nicht da wo sie bei uns war und la ist doch scheißegal wir gehen durch und haben wir mehr punkte natürlich haben wir mehr punkte die erste runde war ja warming up und wenn wir nach punkten gewinnen das heißt schon einiges wenn wir nach punkten gewinnen und wie oft gewinnen wir eine runde nach punkten also da kannst du drei kreuzer machen gegen gute teams auf jeden fall alles klar ich hab noch ein aufgenommenes spiel lass mich raten wir haben glaube ich eine runde gewonnen und das war die letzte richtig ich erinnere mich sehr gut an dieses spiel ja diesmal ist der gegner eindeutig 50 punkt im vorrang was du online gestehen hast ja ja dein supercharge zum ende ja dein supercharge zum ende ja dein supercharge zum ende der war zwar nicht mehr notwendig aber er war schön zum ansehen wo du einen aus einen hattest und einen der geflogen ist und der down war doppelcharge ja da wo wir die doch 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 naja wo wir im endlevel den richtig den arsch aufgerissen haben für meine vorlage gemacht hast und hier den allen in charge gemacht hat ja wo wir die richtig nass gemacht haben so mira wie siehts aus ach mira ist noch was holen na dann warten wir noch zwei sekunden so fakt ist wir liegen gut am brennen 60 punkte hinten ist super das gefällt mir mal so ich einen versuchen im safe room zurückzuhalten wir hätten das denn gern wir lassen sie hier vorne um die ecke kommen hier greifen wir an du kommst hier von links wenn mira kommt kommt hier von rechts meise kommt von oben das ist relativ wo sie steht relativ was unter die kommt der charge wahrscheinlich hier irgendwo gegen er charge hier links rein der smoker kommt hier von rechts ich komme von hinten alle drei seiten besitzen hast du mich der situation an ja das ich kann ja nicht wissen wo er hin chargt also wenn ich das im voraus alles das weiß ich auch noch nicht ne deswegen ich mach mal alle seiten zu und hoffe dass er bei gut aus rauskommt du darfst jetzt mit jesus kuscheln kommen du darfst jetzt hier stehen wo ich stehe und dann hoffe ich dass du hier einen spawn kriegst so was hier hin hier hin hier hin ja da hin oh gott da hinten ja wenn sie hier ran gehen hier stehen pillen wenn sie ja da steht entschuldige bitte du musst da ziehen so hier steht nämlich pillen da geht garantiert einer hin so wenn sie jetzt nicht weit außen lang gehen ja hinter dem schmalen forsten hier soll ich spawnen wenn die alle mir vorbei rennen ja ja komm doch mal ran hier hier ja hast du einsatz verpasst ja da entschuldige bitte ja ja wären die jetzt einen schritt weiter gelaufen dann hätte ich nicht mehr spawnen können war doch gut hat nicht funktioniert schief gegangen wenn einer trifft treffen alle ja ist auch in ordnung hat es probiert mein gott lieber angriff als gar nicht angegriffen das das offenes gelände wenn da nicht irgendwie ein boom oder irgendwas dazwischen steht was sie in deckung gibt laufen die halt nochmal durch so so jesus zieht ihn vorne raus wir spielen vorne dann gleich zum rausziehen damit sie da oben alleine sind da rotzen wir oben alles rein was wir haben den ersten ziehst du raus dann kommt hier der boom und der splitter mit rein der splitter kann auch unten stehen der erste der der hier vorbeikommt ja der erste der hier kommt den siehst du hier von vom krach aus angreifen ja ja du sollst den ersten hier rausziehen damit er hier runter fällt der rest hinterher und hier soll den raum gespittet werden hier mit boomer alles und ko jawoll ich bin mir und hoffe dass es funktioniert ganz einfach wir spielen auf lucky punch so wie immer ich bin das total beschissen hier ich weiß dass du das beschissen findest ja so probier mal jetzt und alle raus ja 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 total beschissen an so greifen wir nie an normal greifen wir hier im raum an ja wie ich das gehört ich wollte was anders probieren dann war gut war in ordnung ja warum jetzt noch ein bisschen früher angreifen nein das war gut so jetzt ist gut weitergehen halt hier mal auf mit dem boomer irgendwie stelle ich mal davor halt mal den dicken arsch dazwischen muss laden soll ich jetzt bitte behalten nein kannst du kotzen kurz alles auf da halt immer auf da stelle ich da rein ne ne schstellig stell dich in tür haben und würde damit noch ein bisschen aufhält von der zeit sollte das gefühl gehen dass alle tot sind so dann blockiert die nächste leider vermitteln hoffe ich auch so leiter zu stellen so leiter zu stellen leider geht es sogleich kautzen gleich ruft da kommen gott sehr gut sehr sehr gut gibt es denn hier ein alarmauto man weiß es nicht natürlich hänge ich an der kante fest die nicht da ich habe natürlich den letzten und nicht erwischt warum auch immer weiß ein grüner kommt hoch ich schreibe ich den der darunter läuft ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich war gut gelaufen super attacke super angriff haben sie nicht mit gerechnet dass wir da so ein angriffen klicken spitball entgegen halte mal auf halte mal auf das sind unverständlich auch jawoll angreifen kommt jetzt hol ihn dir hol ihn dir schmeißt den molly dahin achten der ist direkt für molly da das ist egal unten liegen die lauf geh ran geh ran geh ran unten liegt einer geh einfach runter geh einfach runter und werf da die autos da unten ist einer einfach die autos nehmen der liegt da hinten in der ecke seitlich jawoll und dann zu den autos jawohl sehr schön und killen und killen sehr gut genau da war der lucky punch auf den wir gewartet haben da ist er nämlich ja aber wir müssen sie erstmal hinlegen und das ist immer das schwierige bei uns wir müssen den gegner einmal hinlegen das musste jetzt sein oder natürlich ich hätte es nicht anders gemacht dass du mich mit dem auto noch umhauen musstest so weitergeht schöner tank alles richtig gemacht direkt drauf gegangen erst die zigarette ausmachen ach so die zigarette muss er anmachen nein ja beim tank habe ich geraucht so sieht es aus ja ist arschlich ja weit auf der straße lang standard einmal den smoker geschickt nein au ich hab spit hier sowieso viel mehr haben sie auch nicht damage gemacht ja so überragend war der angriff jetzt auch nicht ja wahnsinn wahnsinn das dreifache uuuhuuhu dreißig und zehn ist ein ganz großer unterschied doch 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 ja was machen wir beim tank wenn wir so weg kommen schreien und weglaufen draufholzen so weitergehen wir müssen hoch die leiter kommen das ist wichtig ich den habe ich pipe jockey muss bei mir rissen kommt ja hast du den Ist er tot? Ja, der ist tot. Ich hab vorsichtshalber schon mal drauf gehalten. Hier steht noch ein Molly. Hier ist ein Molly. Ich nehm nicht die Verantwortung. Lege mit. Dann hat Mira die Verantwortung. So, ja. Ich hab auch einen Molly, keine Sorge. Über irgendwelche Winkel und Enden treffe ich den Bank schon. Kannst ruhig ausspielen. Smoker hinten. Ich weiß. Wir liegen noch Pillen. Spitter kam nicht. Sehr schön. Mira. Ja, Moment. Cool bleiben. Hier im Raum sind noch Pillen. Kann ich auch nehmen. Okay. Alles klar. Danke. Bitte. Wir müssen alle an mich denken. So, Zeit. Wir haben Zeit. Ich weiß, dass du keine Pillen brauchst. Mira braucht die immer. Ich brauch die, ja. Und dann nehm ich sie nicht. Bier, bitteschön. Ich nehm sie nur, um sie nicht zu nehmen. Du hast noch ein Molly. Dann nehm ich die Pillen zu lange. Hinten Charger. Na, seh gemäß. Wo kommst du denn her? Ja. Alle haben angegriffen. Los, vorwärts. Runter. Volle Super nach vorne. Wer ne Waffe braucht, jetzt egal. Jetzt egal. Ja, doch. Muni wär super. Muni hab ich grad nicht. Das stimmt. Auf geht's, Krillin. Haben wir noch, haben wir noch viel. Haben wir noch genug Munition? Loop Lounger. Nein. Und Autoschrot liegt auch unten. Los. Hoppi die zack. Zacke die hopp. Klingel die ling. Oh, hau ab hier. Schnell. Lass mich doch mal in die Scheißpappe da ran. Lass mich doch mal in die Scheißpappe da ran. Lade nach. Der Gestank hängt echt über. Ist das möglich? Dann ich an die Schrot komme. Dann ich an die Schrot komme. Danke schön. Oh, jetzt ist eine leergeschossene Schrot. Ah, ich hab auch eine leergeschossene Schrot. Jawoll. Jawoll. Er bleibt jetzt nicht oben. Kannst von unten schießen. Oh, wir sind oben. Moment, Moment, Moment. Spitter ist weg nur, dass Mocha lebt. Okay, dann hoch. Hoch, hoch. Komm, 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 komm. Hinten läuft der immer. So, Ruhe. Zeit sortieren. Ja, ich hab nicht mehr geschossen. Keine Sorge. Ich hab nur einmal. Soll ich nochmal schießen? Dann bist du alle los. Ne. Doch. Jetzt nicht. Jetzt heilst du dich. Komm, ist feuerbahn. Schmeiß die Pillen ein. Da waren 100 Stück. Ich hab alle erledigt. Mit einem Schuss. Vorwärts. Sehr gut. War ja absehbar. War ja absehbar. Ich krieg's kotzen, Mann. Wieder ein Drecks Noob Launcher wieder. Ja, natürlich. Anders kann er's halt nicht. Bleiben wir hier beim Tank, oder was machen wir? Ja. Ich vermute, dass wir hier nochmal angreifen. Das erste Mal. Ich vermute, dass wir nochmal angreifen, alle. Ja, verpiss dich, Junge. Wer hätte das gedacht? Wir schaffen's. Kommt ihr hoch? Nein. Wir müssen über den rüber. Wir müssen an ihm vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt hier laufen. Keep going. Nein. Wohin? Wir sind rechts, meine Politiker. Komm, komm, geradeaus. Nein, die wird sich nicht geheilt. Wir sind nicht geheilt. Doch. Die ziehen sich zurück und sprengen die Brücke. Wenn wir mit wollen, dann schnell. Komm, alle runter, alle runter. Der Weg ist versperrt. Hopp, 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 hopp. Der Weg ist versperrt. Er wurde angelegt von jenen, die toben. Von jenen, die snipers. 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 Er wurde angelegt von jenen, die snipers. Die snipers. Die snipers. Der Weg. Wir sind versperrt. So, wir haben Zeit. Die Autoschot ist so schön. Ja, sehr gut. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bäm, Goldi. Andere Seite hin. Ja, gehen. Jetzt hol die ihn. Einen Molli, komm. Komm, Molli, ran da. Der kann da nicht weg. Geht zu mir. Jawoll, danke. Super, einfach frei. Der holt sich ein Auto unter die Brücke. Ne, holt er sich nicht. Der ist zu dämlich dazu. Damit rechnet er nicht. Und wenn er es runter holt, muss er es erstmal hier her schlagen können. Ja, deswegen macht er ja jetzt. Deswegen sagt ich das ja. Und zack, weg ist er. Jawoll, und drauf halten, drauf halten. Sehr schön, Leute. Starke Sache. Einwand frei. Vorwärts. Stopp. Hier rum, wo bist du? Hier. Mir geht's gut. Oh. Hoppala. Wow. Oh, danke schön. Ja, natürlich. Ja, jetzt ist wieder klar. Jetzt will ich's auf einmal wieder... Ja, jetzt ist das wieder, ne? Ich sag ja, wenn wir Vanilla spielen... Ja. Wir können's aber nicht anders. Scheiß euch nicht ab. Mimimimimimi. Bäm. Oh, ich komme nicht weg und der Jockey kommt weg. Oh, genau. Jesus, angeschossen. Verdammte Kacke. Der Schoss war aber gut. Ja, ab und zu, ne? und vorwärts wartet 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 ich glaube ich habe eine erektion 200 erst mal vor sehr schön die werden jetzt die sind jetzt sauer die sind richtig angepisst die sind richtig misst raus hier von der frau geklatscht das sowieso wenn ich in meinen schmink video schickt dann sind zuerst angepasst so aber erst mal cool bleiben wir haben erst mal 200 punkte vor wir müssen jetzt in dem level etwa noch mal 300 oder 400 drauflegen am besten dann ist das endspiel gelaufen dann schaffen sie es nicht mehr und wer mich nicht kennt der hält sowieso sonst sowas von mir die werden jetzt über uns her fallen die sind jetzt richtig böse drauf also aufpassen ruhig bleiben wir dürfen keinen tag in die arme laufen wie dieses durchkommen der rest ist zweitrangig und nein hier liegen ja nur die superwaffen zu mir eben noch was sagen ja das ist ja ja ich würde gerne schreiben ich tue es aber nicht ich habe mich noch zurückgehalten glaube ich hätte schreiben können und jetzt noch schreiben kann cool bleiben cool bleiben ich bin was das nicht böse drauf jetzt ich würde nur ich würde nur immer gern schreiben press u vor team chat ich bin sehr poetisch was das angeht und er kommt oben auf doch oh gott jockey schützt mich ja sehr schön auf dem dach ist der jockey naja dann lass ihn war ist nur einer ist nur einer ist nur eine ach so und hinten liegt noch der pipe der jockey holt mich oder auch nicht schaff ich es noch ein ja nee der käme ich weiß doch der weg ist versperrt wo dann liegt von ihnen die sniper die sniper käme hier sind bassen score stars 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 den hätten wir getroffen aufpassen mhm ach hier kommt kein fang das fang ist ein fang ist dankeschön einmal jockey gleich dankeschön dankeschön k last play tomorrow k 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 auch gerade steht warum werde ich jetzt angebogen ist frei und läufst ein einmal hand da noch ab das dann jetzt habe ich bin doch da haben sie haben sie jetzt oft genug verhauen nix gell haben wir alles jetzt noch mal adrenalin drin ihre hol dir mal links im raum der pick up so aufpassen ja gelobt sei der molly dein wille geschehe hier liegt man ja wohl verkauf alter so ruhig cool bleiben kotzt er sich hier ein ast so aufpassen sie können ja gleich an der tür stehen einmal moni holen einmal nachladen einmal schlafen gehen ich werde mich jetzt am starten glaube ich mir er hält auf dich ausschauen das ist eine angriff damit haben wir jetzt am wenigsten gerechnet du kannst dich wieder heilen nachher wir warten wir kämpfen aus wir kämpfen aus wir können nicht riskieren dass wir in den tank laufen jetzt kommt zeit kommt rad wir sitzen alle recht gut schön verteilt nicht zu nah nicht so weit sehr gut allerdings lebt noch das bitte kann ja lass ihn mal irgendwen habe ich erschossen oben noch kann sein dass es der tot ist wir werden wir jetzt vorhin tot umgefallen den ich nicht gesehen habe dann kann er noch ein neuer sporn sehr gut das macht nichts verpiss dich jockey jockey kommt hoch ne der jockey kommt nicht hoch der hand da sitzt nur noch unten der ist gerade untergefallen der jockey ja ja den habe ich gerade abgeknallt noch sehr gut geboomt geboomt bei dem ding rum ja lass ihn zeit wir campen hier oh 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 was zu linksloh der patriarch kommt wieder wisst ihr das was der patriarch kommt wieder habt ihr das schon gehört wieso das ich dachte hans hans ist der patriarch nein hans ist der boss für mich ist er der patriarch aber es gibt da den patriarchen wieder und der soll böse sein kein ding wir haben einfach so lange aufgeschafft da waren wir aber den patriarchen auch kriegen ja die spieler wissen jetzt wie der boss abgeht aber sie wissen nicht wie der patriarch abgeht dass man da wieder eine eigene taktik braucht stand camp ist in der ankündigung so weiter grenzen wie ist der munitionsstand ich hab noch 15 schuss na klar aufpassen leute 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 nachher einmal smoker bitte dankeschön ach shit oh speed oh speed der war bitter einmal auf mich auch schon halten kannst du dich noch heilmeise nicht mit den zombies hier jetzt so mal seiten wechsel ich muss nämlich auch so alle drüben ja ist doch nicht so schlimm das war doch mal das machen wir ich komm nicht rüber kann einer meinen scheiß smoker da töten sonst komm ich nicht rüber ich weiß molly 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 ja und wieder der boomer und der stirbt nicht obwohl er gerade 50 schuss gefangen hat ich hab keine munition mehr heilen möchte ich mich auch mal ja dann heil dich heil dich doch erst mal so schaffen wir es jetzt oder zieht mich das mocker zu 100 mal runter da steht da nämlich eine ecke ja nur komm mach was zum teufel machen die warum ist mir jetzt runter gesprungen sollte das mocker zieht ja du hart je giub das heute noch einmal ein ich hab keinen schoß mehr ist der noch hinter mir ist er noch hintermier laufen 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 los los losloos los 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 ihn kommen und vorwärts und munition holen wo ist monace und adrenalin an mich Uns patience du kriegst hier gleich pehen und adrenalin an mich du kriegst hier pehen Waffen aufrüsten Moni? Moni haben wir nicht Achtung Treppe Smoker hinten, draußen Sehr gut, da will ich jetzt gerade noch nicht mehr angehen Soll, wo's denn hin? Ist mir scheißegal, weiter geht's Bei mir ist er nicht gestorben, er ist einfach Fluchtverkwache Ja, dann ist doch Jacke wie Hose So, kommen wir alle runter? Hopp, 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 hopp Mira, komm Ja, 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 ich komm ja, ich bin noch da So, da sind wir doch Na, fast da Ohne Tank, sehr gut So, alle können doch mal gucken, letzter Angriff Oh, das macht nichts Ja, das macht nicht Das macht nichts So, jeder hat was und jetzt durch und dann sind wir weg 500 Schaden 5 Euro oben im Safe Room Camp, Deiner Ach, dann gehen wir hoch und knallen ihn ab So läuft die Ne, doch nicht Gut, ich hab 5 Euro verloren Ja, ach verdammt Für jeden Für jeden Für jeden Doch, doch Für jeden Natürlich hier, gut, ich was kaufen Geben wir uns alle drei ein Eis kaufen Eine Kugel, 2 Euro Nee, kaufen wir uns ein Bier von Hier und nimmt einen Schluck, ist eh betrunken Und wir haben die Stallen Ja, genau Er muss nur dran riechen Wenn die Tür aufgeht, geht das Rinder in den Club Mal sehen, ob ich hier spawnen kann Wenn ich kann, ziehen die sich zurück Dann geht der Splitter da rein Ja, ja, ja Ja, ja, Coach Coach, schön die Autoshotgun Ja, ja, ja Spam, Spam, Spam Zum Killen bitte umdrehen Mal shoot die, shoot die Bang Bang, please Ja, ja Ich will uns beschweren aber selber hier mit der Autoshotgun glauben Vollidiot Rein da Rein, 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 rein Komm, Feuer Alles drin da Splitter Ja, rein, 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 rein Komm, komm, Splitter Halt, halt drin in den Schuppen Jawohl, sehr schön Jawohl Bisschen fixer Keiner hat jetzt damit gerechnet, dass du da in den Save-Room gehalten hast Doch Habe ich doch gesagt Gleich angreifen, wenn die Tür auf Ja, warum Ja, ganz einfach, weil die damit nicht rechnen Nee, nee Es ging darum, dass sie sich zurückziehen Dass sie gleich merken, ich kriege eins auf den Fressen, wenn sie da drinnen stehen So, haben wir alles Wohin? Hier bei mir, wenn es noch geht Spawnst du um die Ecke? Ja, hier, komm, und Reiner Und jawohl, sehr schön Jawohl, und rauf das Sauber Schönes Ding Ja, ist doch egal War gut, war doch gut Wie kann man nur so viel Lack haben, ey, wirklich? Die haben Glück gehabt, dass er noch gerade so rausgekommen ist Ich bin an ihm vorbei Ich wollte, dass ihr nochmal einen Spawn kriegt Deswegen muss ich den ersten vorbeilassen So, wir brauchen jetzt den Smoker Jockey Und jemanden, der aufhört mit der Chipskrüse zu kramen Die haben wir, Puma, kein Weg Was ist du denn so zum Naschen? Na Brot? Ihr könnt beide nochmal angreifen mit dem Doppelteam Puma und Twitter, wenn ihr könnt Welches Doppelteam? Achso Puma und Twitter Welches von den Vieren? Hier ist es, muss auch übrig bleiben, den brauche ich jetzt Was? Blub, 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 blub Wir machen jetzt hinten Ich verkackst du uns wie immer Das ist mir relativ auf Deutsch, Jockey verkackst du oder nicht wir probieren so wenn es klappt klappt und wenn ich dann nicht das druck nicht aus kann sich oben aufs dach stellen wenn du magst ich guck erstmal ich muss jetzt noch im kreis laufen dabei ja genau ich wollte sagen bitte rennen sie als panisch im kreis mir du lebst ja noch mit blumen ich wollte ja keiner schießen ja wenn die da oben im raum ist dann kotzt die an von hinten die gehen alle oben in den raum rein auch gut wunderbar kannst oben im raum da war sie wieder hoch wo muss ich hin außen genau da geht es sich das ausgeht da geht es hoch links nämlich das ist mein recht kurz mal wenn ja ja da sitzt im baum für baum camping nein du kannst eh von hinten angreifen du kannst eh aus dem raum kommen bleibt doch da okay und noch mal mir an alles klar und angreif und reiner charger kommen jetzt jawohl 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 und hinterher mit dem boomer hinterher das war alles sinn und zweck dieser taktik das war alles so geplant ja nee erstmal noch nicht so lasse starten druck machen das alle zusammen rauf da auf die drei die schnappen wir uns komm boomer ne boomer kriegen wir jetzt nicht von unten alles von unten rein warte noch ich bin auch gleich da dann alle hoch der erste hand hat dann der jockey komme ich nicht bis darauf komme ich nicht da kommst du so sind getrennt und vorwärts auch ein doch ich komme hoch und runter mit ihm komm schnell komm schnell du bist angebucht in der ecke gibt es bitte schaffst du nicht mehr kein problem so der smoker wisst ihr noch wo der beim letzten mal stand wo der steht genau da muss er wieder stehen und zwar möglichst in beeilung auf der anderen seite links nicht mehr der der wurde den hingestellt hat sondern andererseits aber du schaffst es nicht mehr du musst die seite nehmen sie einfach von unten sie einfach von sie einfach nein der ist zurück der ist zurück nein so jetzt kannst du ich habe es hin gespittet er konnte nicht rüber so gut schön jetzt haben wir sie das war's das ist ein guter vorsprung wenn wir jetzt nicht aussehen alle gleichzeitig sterben auf der büche dann ja ja es ist vorbei starke sache das war ein super spiel zu ist jetzt den boomer drauf das war's er kann nicht mehr das musste unbedingt schreiben am schluss da kommt da schreiben wir jetzt gleich ja eine pubs finale hier wird durchgezogen konflik wir schreiben ihn mal jetzt können wir ja schreibt das finale spielen wir immer weil wir da erst meistens gewinnen aber da erst 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 in führung gehen er kannst du ja schreiben da gehen wir gegen die guten teams erst er wird erst geschrieben wenn wir gewonnen haben oder die aufgegeben haben eins von beiden ja mach ich schreibe nachher wenn es vorbei ist ich gucke wie viele molotov die an uns cool bleiben erster charger und dann volle variante wir haben uns unseren vorsprung gearbeitet 600 punkte vorsprung bis wir nur noch ins ziel bringen bau ja Molotov 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 ich schreib das jetzt rr d mir doch egal ja sie können es nicht ich sag ja vanilla können die pro spieler nicht die können nur blocken und wissen wenn alles vorher weiß was bekämpfen kann dann ist auch langweilig so können wir so was machen wir zu ende ja sie können nicht und ja das ist halt so sie können vanilla nicht das ist es nämlich sie wollen genau wissen wo der tank ist wo die witch kommt wo der jockey ist am besten noch am besten wo vorher alles angegriffen ist leider nicht vanilla ist zufall in die richtung zeigen ich sag nur pappalap modern spiel wer gewinnt zu aufpassen ein charger dann haben wir es und selbst wenn ich könnte einfach durchlaufen 300 punkte ja keine scheiße ich habe mir gedacht dass der jetzt nicht von vorne kommt ja ich habe auch mir gedacht dass der jetzt wieso die stand ein einziges mal blöd und genau in dem moment stand der charger gold richtig von uns ja gibt mir eine schrot niemals das war's die sehr schön wir haben schon gewonnen ist gut haben wir alles vorbei das ist ein bisschen seit er seit der dritten runde waren wir nicht mehr zu machen ja ja was ist mit was ist mit 30 fertig die die ticken wohl nicht mehr ganz richtig alles gut ich schreibe ihn gleich ihr könnt 2000 mal besser spielen aber verloren hat trotzdem die kinder mal 100 mal sagen wir 100 mal sie können auch zwei millionen mal schreibt verloren haben sie trotzdem könnte sein dass er oben steht ja oder steht wird dann rennen wir durch ja wir rennen durch na klar rennen wir durch lauf durch auf durch wenn ihr meise noch retten wollte ich will jetzt den vorsprung hochtreiben ihr dürft meise gern retten wenn ihr wollt ich wollte noch punkte holen das war zwar nicht gemeint mit den pillen aber ich bin deswegen runtergefallen hat da wie viele zombies hier sind ja natürlich alles ist doch egal also wieder wir haben mich jetzt hier runtergepultert ist doch jacke wie die hose wir haben doch eh gewonnen und es liebt doch kein schwein gewonnen das gewonnen interessiert sowas ups ups na jesus wie sieht es aus schönes wetter heute ist doch egal wir haben doch gewonnen mein gott trägt sich auch anstellt rennst du vorwärts fängst du wir haben gewonnen was gut was für einen tick was meint ihr denn das ist denn eine ahnung ich weiß es nicht ich weiß auch nicht warum es 30 sein müssen soll ich schreiben was das ein tick ist ja keine ahnung mir ist es relativ ich kann wie gesagt ich kann ja mein schminkvideo zeigen es ist ja die sich an blurb einstellen und schlag mich tot und verlieren weil sie vanilla nicht spielen können ab wieder aufgegeben ich hab das heute nicht verstanden wofür das gut sein soll ja das mit der bildübertragungsrate zu tun ach das ist doch krank ja kommt die bin gib mir ein ja mimimi die finale ist doof so wunderbar alle können das spiel verlassen sich noch mal ne runde beschweren dann haben wir es für heute wie im kindergarten ist das hier ja